Es ist sicher cool, es ist eine Anerkennung an dieser Leistung. Es ist sicher auch immer schwierig, die Sportarten miteinander zu vergleichen. Pablo war ja auch ein Olympisches Spiel und war super. Von daher finde ich es immer schwierig, den Vergleich zu machen, aber es ist sicher schön, wenn man diese Anerkennung bekommt. Man konnte nicht besser hören. Es ist eine grosse Ehre und Wertschätzung, so einen Titel zu entgegennehmen und es freut uns sehr. Weil der Sportart da ist, den ich am liebsten mache, verzichte ich für mich selber auf nichts. Aber natürlich gibt es Leute, die sagen, du verzichtest auf relativ viel. Aber ich sehe das gar nicht so als Verzicht da, weil ich lebe einfach da, was ich gerne mache und das ist gut so für mich. Ich habe das immer sehr gerne gemacht und zwar einfach im Wohl vom Sport, vor allem auch von der Jugend. Weil ich war bei der Jugendriege x Jahre Leiter. Ich bin ja jetzt im St. Galler Turmverband Abteilungsleiter Jugend. Also die Jugend liegt mir sehr am Herzen. Selbstverständlich der Sport sowieso, dass sich die Leute nicht bewegt. Obwohl ich vielleicht nicht unbedingt jetzt noch die Sportlerfigur mehr habe. Aber ich habe ja Koch von Beruf bis am 31.12. Aber jetzt bin ich halt einfach im breiten Sport tätig. Mit einer Garage Untertitelung des ZDF, 2020